Hallo Präsenz Überall, sind hier überall Präsenzen 31 Präsenzen Das ist aber sehr viel Freue ich mich aber Ich darf mir vorstellen Mein Name ist Guido Ich möchte mich gerne mit euch mit unterhalten Magst du dich auch mit mir unterhalten? Mama Suchst du deine Mama? Wir sehen uns Wann werden wir uns sehen? Erfroren Du bist erfroren Ich werde gerne mal interessieren Ob ich auch mal mit einer von meiner Familie gerne unterhalte Ich unterhalten kann Zum Beispiel mein Opa Kannst du mal meinen Opa mal ran holen? Liebte sie Liebte sie Ich habe meinen Opa sehr geliebt Der ist ja Kurt Fischer Das Dokument Das Dokument Was für ein Dokument Sehr viele Ich weiß nicht Ich weiß nicht Dass das viele sind Aber ich möchte gerne mal mit meinem Opa reden Kannst du meinen Opa mal herholen? Ich weiß nicht Ich fühle dich Dich Aber ich kann es noch nicht Ich bin Ich kann es Dir Ich kann es schickst Du Du Ich möchte gerne mal echt mit meinem Opa reden, ich vermisse ihn, weil ich ihn sehr vermisse. Ich möchte schon wissen, ob es ihm gut geht. Kannst du denn meinen Namen mal sagen? Dito. Läuft da. Läuft da. Gibt es hier irgendeine Präsenz? Ich rufe meinen Opa. Ist hier irgendeine Präsenz anwesend von meiner früher Familie? Ich möchte gern mehr von meiner Familie erfahren. Guten Abend Präsenz. Gäbel. Gäbel? Gäbel. Dann ist es wirklich. Was ist wirklich? Opa, bist du das? Auge! 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 Hmmm Das sagt mich jetzt aber nichts. Also ich bin der Guido und ich versuch's noch mal. Ich möchte gerne mal mit Ort jemand von meiner Führung schlagen. Wem will ich jetzt geschlagen? Ja, Winn! Licht. Präsenz noch da Kannst du versuchen meinen Namen zu sagen, Guido Präsenz noch da Kira 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017